Hey Anthony! Eine weitere Woche ist rum. Gratulieren! Du schläfst dich super bis jetzt. Ich sehe, du gewisst alles. Und ja, es heisst, eine weitere Woche ist rum. Somit ist es Zeit für eine nächste Challenge für dich. Jetzt war es ja so, dass du bei der letzten Challenge recht in die Schnaufe gekommen bist. Mit den Jump'n'Jacks, mit dem Stegensäckchen. Darum habe ich heute mal etwas Entspannteres für dich. Was entspannt heisst für Frau Zeisler, das zeige ich dir jetzt gerade. Die Kamera ist positioniert. Deine Aufgabe ist folgende. Du musst nicht, weiss nicht wie, atmen und herumkumpen. Aber du darfst in einer bestimmten Position bleiben. Und zwar in dieser. So, was ist das? Ein Squat. Ganz genau. Du bleibst jetzt in dieser Position. Mal einfach etwas hängen, gemütlich, Natur geniessen, unbeschwert, entspannt, etwas vom Alltag abschalten. 5 Verse wird eingetreten und die Stelle schlafen. Wichtig ist dabei, dass du auf der Stelle doch anstürzt hast, oder dieser hier gibt es nicht. Die Hände sind wieder vorne, von mir aus auch hoch, aber nicht abstützen. Musik Zwar möchte ich das von dir, also wahrscheinlich weniger Squats geübten als ich, mal 3 Minuten sehen. Du musst nicht 3 Minuten am Stück arbeiten, wenn es nicht mehr geht. Du hast 10 Sekunden Pause, und dann geht es weiter. Mach so wenig Pause wie möglich, glaub mir. Das Schlimmste ist, wenn ich hochkomme und nach 10 Sekunden wieder runtergehen muss. 3 Minuten, so wenig Pause wie möglich, wenn du eine brauchst, 10 Sekunden und weiter. Viel Spass!